Mit dem gemütlichen Ping-Pong der Jahrhundertwender hat das nur noch wenig zu tun. Tischtennis ist für die Spezialisten längst zur Arbeit geworden. Auch für die beiden Franzosen Secretin und Percard, die Tischtennis als Show präsentieren. Das ist verboten, auf dem Tisch zu stehen. Vielen Dank. Was so spielerisch und leicht aussieht, ist das Ergebnis harten Trainings. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Das Ergebnis.